Schade, hat es unterbrochen, weil ich versuche da Google Maps auszumachen. Ach, voll schade. Irgendwas Witziges habe ich gerade verzehlt. Es ist rum ums Eck und ich glaube, ich mache mir hier... Im Straßenverlauf von 81 noch 78 Kilometer folgen. 78, das ist doch ein Wort. Genau, das wollte ich schon sehen. Ich mache mir hier Webber hin, dass es besser hält, das hier ist schön hier oben. Dass ich mit den richtungsgebundenen Blinkern... das schenken wir uns jetzt. Dass ich in Trieberg war, meinen alten guten Freund besuchen. Einen lieb guten alten Freund, weil er halt viel älter ist als ich, gell? Und schon drei Jahre in der Wohnung wohnt, echt Rekord. Und ich bin auch oft umgezogen, aber den Rekord, den halte ich. Ich glaube, mein nächstes waren acht Jahre. Neun. In einer Wohnung. Aha. Nämlich. Und Job, am längsten Job habe ich gehabt. Zwei Jahre, sieben Monate. Genau. Jedenfalls wohnt er schon drei Jahre in der Wohnung. Nicht schlecht. Und das ist, glaube ich, erst die dritte Wohnung, die ich kenne, wo ich ihn besuche. Ja. Zwischendurch habe ich wohl eine ausgelassen. Oder zwei. Ne, eine. Ja. Aber wen geizig ist er halt schon. Mein guter alter Freund. Na, da wird ja das Wasser berechnet und der Strom und ganz zu schweigen von der Teppichabnutzung. Und dann aber wieder. Zwei Matratzen habe ich geschenkt, direkt zu kleine zum Zusammenrollen. Das sind voll gute. Herrlich ist meine Mama. Das. Da drin ist das Gebäude, was aus dem Ober. Aber jetzt fahren wir ja Richtung Stuttgart und nicht Richtung Palz. Boah. Ach, Autobahn. Da gibt es nicht viel zum Verzählen. Da machen wir mal aus. Da machen wir mal aus.